Was habt ihr da gesungen gerade? Ich kann mich da ganz dunkel dran erinnern, an diese Melodie. Was war das nochmal? Was war das nochmal? Es fällt mir etwa nicht mehr ein. Es muss was sein, was ich schon lange nicht mehr spiele. Oh, Schweigsong. Ja, ihr sagt es. Dieser Arschweigsong. Nein, der Arschweigsong ist nicht mehr in meinem Repertoire. Ich bin mittlerweile erwachsen und so. Mein Bart ist schon grau, Leute. Der ist grau, das ist hier nicht angemalt, der ist wirklich grau. Sieht schon aus wie Gandalf. Gandalf, der Graue, wollt ihr merken? Sieht schon aus wie Gandalf. Wie machst du das denn? Färbst du deine Haare? Du bist ja auch locker schon 50. Nee, aber ja, ich bin schon sehr alt und der Arschweigsong ist nicht mehr in meinem Repertoire. Damit müsst ihr bitte leben. Ich bin so alt, ich habe mittlerweile Wörter wie Repertoire in meinem Repertoire. Außerdem ist die Polizei heute da. Die mögen das gar nicht. Also Arschfick an sich ist okay, aber der Song mögen die gar nicht. Mögen die gar nicht. Meine Frau ist heute auch hier. Die schönste Frau der Welt ist heute hier. Deswegen, äh, was sagst du denn? Arschweigsong okay? Ja!